Das neue Jahr ist gestartet und dieses Jahr muss was passieren bei der Cannabis-Legalisierung. Was plant die Bundesregierung für dieses Jahr? Und angenommen, alles läuft nach Plan, wann wird Cannabis legal? Das erste, was endlich kommen muss, ist der Gesetzentwurf. Lauterbach hat bestätigt, dass er diesen bis Ende März vorlegen will. Zeitgleich soll ein Gutachten erscheinen, das Lauterbach in Auftrag gegeben hat, um die EU zu überzeugen. Das Gutachten erstellt ein Team um Jakob Mantei vom Institut für Interdisziplinäre Sucht und Drogenforschung in Hamburg. Mantei ist vielleicht einigen aus der Szene ein Begriff. Er ist Psychologe und beschäftigt sich mit den gesellschaftlichen Auswirkungen von Alkohol- und Cannabiskonsum. Gesetzentwurf und Gutachten sollen dann an die EU geschickt werden, damit das sogenannte Notifizierungsverfahren durchlaufen werden kann. Bei diesem Verfahren wird geprüft, ob die Legalisierungspläne mit dem EU-Recht vereinbar sind. Das dauert drei bis sechs Monate. Nach dem Willen von Lauterbach soll das Gesetz erst nach erfolgreichem Abschluss des Notifizierungsverfahrens in den Bundestag eingebracht werden. Dort wird es nochmal Experten-Hearings und Debatten geben. Danach muss noch der Bundesrat zustimmen. Zurzeit hat die Union dort noch die Mehrheit und könnte das Vorhaben stoppen. Die Landtagswahl in Hessen im Herbst würde jedoch reichen, um die Mehrheitsverhältnisse zu ändern. Hessen wählt Legalisierung. Dann kann das Gesetz verabschiedet werden, womit auch eine Entkriminalisierung in Kraft treten würde. Bis es aber wirklich Shops gibt, dauert es auch dann noch ein bisschen. Es muss nämlich zuerst eine Behörde geschaffen werden, die die Lizenzen für Produktion und Handel verteilt. Und das Cannabis muss natürlich auch erstmal angebaut werden. Shops wird es also wohl nicht vor 2024 geben. Es gibt also noch einige Hürden auf dem Weg zur Legalisierung. Wir werden in allen Etappen mitmischen und an entscheidenden Punkten Aktion starten. Dieses Jahr muss was passieren. Dieses Jahr muss was passieren.